Was ist das NYSF? Das National Youth Science Forum ist ein Programm in Australien, bei der vor allem Australier aus ganz Australien eingeladen werden, um dort einen Grund teilzunehmen in verschiedenen Städten. Und zwar ist er jetzt in Canberra. Und sie nehmen auch jedes Jahr ein paar Leute aus dem Ausland mit. Also bei uns waren sie jetzt Heidelberg, Deutschland und Singapur. Ja, und vielleicht auch, also da kann man dann ganz viele Experimente machen und Leute kennenlernen, die auch Interesse an Naturwissenschaften haben. Ja, das ist eben vor allem ein naturwissenschaftliches Programm, das dann die Leute am STEM-Bereich interessieren soll. Was waren eure Aufgaben? Also ich war vor allem in Biology und Sustainability. Und das war halt einerseits viel komplexes Biologisches, also wir haben sowas wie GM Food gemacht in CSIRO. Und sonst war es halt auch viel Felderfahrung, also halt Fossilien, Erdgeschichte, Erdhistorisches, viel zu Umweltschutz. Ich war in Chemistry, dort haben wir viel Verschiedenes gemacht, also jetzt von Restauration historischer Gemälde und Artefakte bis hin zur Wasseraufbereitung war eigentlich alles dabei, also so einen breiten Überblick gekriegt hat. Und ich war bei Health and Medical Science und wir waren vor allem in so Krankenhäusern und haben uns da die verschiedenen Bereiche angeschaut. Aber wir haben auch, also wir waren dann zwischendurch im Labor und haben da irgendwie Pillen untersucht und Cremes hergestellt. Wollt ihr nach der Schule weiter wissenschaftlich arbeiten? Ja, definitiv. Ich denke, das hat mich auch noch ein bisschen mehr bestärkt, so da mitzumachen, ganzen Sachen zu experimentieren und auch Leute zu treffen, die vielleicht ähnliche Interessen haben, dass man da bestärkt wurde und auch von Leuten gehört hat, die es dann letztendlich geschafft haben. Ich kann Lina da nur zustimmen. Ich habe ziemlich in der Naturwissenschaft dann studieren und dann versuchen weiter in dem Bereich zu arbeiten. Ja, ich werde auch definitiv weiter natürlich wissenschaftlich arbeiten. In Richtung Biologie vielleicht mache ich auch mal was in Australien sogar geentechnisch oder so. Ich würde sagen, dass es letztendlich so eine der schönsten Erfahrungen meines Lebens war. Man hat so viele nette, interessante Leute kennengelernt und auch, also es war sehr prägend insgesamt. Ich habe viel erfahren, viele Leute kennengelernt und ich habe so viel Spaß, glaube ich, wie selten zuvor. Das hat mir auf jeden Fall nochmal Perspektive gegeben, was ich dann nach dem Abi machen will, in welche Richtung ich gehen will. Ich habe mir auch mal Sicherheit gefunden, was ich tun will. Ich fand vor allem die Gemeinschaft cool, die wir da hatten und so das Teamgefühl, das man gewählt hat, was ja auch für eine Wissenschaftler wichtig ist, dass man nicht nur für sich arbeitet, sondern auch offenes mit anderen zusammenarbeitet und wie nett und offene Leute waren, wie die Google-Sites-Gruppe geklappt hat. Das fand ich wirklich schön. Welche Tipps habt ihr für die nächsten Bewerber? Genießt eure Zeit auf jeden Fall dort. Habt so viel Spaß, wie ihr könnt und trefft Leute, wie ihr könnt. Tauscht Kontaktdaten mit den Leuten, die ihr dort trefft, aus, dass ihr auf jeden Fall danach auch noch weiter Kontakt halten könnt. Seid offen für die Erfahrungen und freut euch darauf, noch etwas Neues zu erleben. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.